Lebensmotto Lebensmotto. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, man trifft es ganz gut, wenn man sagt, dass man jeden Tag so genießen sollte, als ob es der letzte wäre. Ich glaube, das war vor ca. anderthalb Jahren, wo ich als Abwehrspieler drei Tore machen durfte und dann leider auch noch ein Eigentor für den Gegner geschossen habe. Das Spiel ging 3-1 aus. Ich habe alle vier Tore gemacht für uns und gegen uns und ich glaube, das war somit der besonderste Moment, den ich je auf dem Fußballplatz hatte. Ich glaube, der Moment, der wird jetzt in den nächsten Tagen noch kommen, weil da erwarte ich mein erstes Kind. Mein Sohn ist auf dem Weg, kann nicht mehr lange dauern. Ich glaube, das wird mit Abstand das emotionalste und bewegendste, was ich so in meinem Leben bisher erlebt habe. Ja, ich glaube, da ist es bei jedem ähnlich, dass man sich wünscht, dass die Familie gesund ist, Eltern, Geschwister etc. Ich möchte einfach, dass es so weitergeht, wie es zurzeit läuft bei mir. Das ist sehr, sehr zufriedenstellend und ich bin froh und glücklich, wie es gerade privat läuft und so sollte es dann auch in Zukunft hoffentlich weiterlaufen. Gute Frage. Ich mache gerne anderen Leuten eine Freude. Also wenn ich meiner Freundin zum Beispiel irgendwas Gutes tun kann, eine kleine Massage oder irgendwas Schmuck kaufen oder wie auch immer, wenn ich dann ihr Lächeln sehe oder auch von meinen Eltern, wenn ich denen was mitbringe, dann ist das schon das Schönste, was ich glaube ich so für mich privat dann erreichen kann. Ich glaube, da muss ich mich allen anderen anschließen. Das wird das iPhone sein. Ich glaube, man kann davon sprechen, dass die meisten schon handysüchtig sind. Ich gehöre stark dazu. Das möchte ich gar nicht abstreiten und ja, das iPhone auf jeden Fall. Ja, ich bin so einer, der sehr, sehr gerne verreist. Nie in den Winterurlaub, also nie irgendwo, wo Schnee ist oder wo es kalt ist, sondern immer an Strand und wo man auch ein bisschen entspannen kann. Schönster Urlaubsort, wo ich bisher war, war Hawaii. Und allgemein kann ich glaube ich sagen, dass ich noch sehr, sehr viel sehen möchte. Ich möchte noch nach Thailand reisen. Ich möchte die ganzen Inseln im Indischen Ozean nochmal besichtigen und ja, das sind so die Ziele, die ich habe und auf jeden Fall muss es in die Sonne gehen. Ja, ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen im Bereich Fitness weiterzubilden. Wäre natürlich schön, wenn es dann auch irgendwo in einem Fußballverein weitergehen könnte als Fitnesscoach etc. Das ist so der Bereich, wo ich mich in Zukunft sehen würde nach meiner Karriere und es wäre toll, wenn es da klappen würde, ja. Dass ich bis an mein Lebensende ohne große Probleme mit meiner Familie leben kann, dass ich und meine Familie von schlimmeren Krankheiten verschont bleiben und ja, dass wir einen ruhigen Lebensherbst haben, sage ich mal.